Willkommen zum Modul 4 Kommunikation zwischen Erwachsenenpädagogen und Gemeindearbeitern mit älteren Erwachsenen. Lernen ist ein grundlegender Aspekt der menschlichen Entwicklung und findet in verschiedenen Umgebungen und Zeiträumen statt. Allerdings erfordert die sich entwickelnde Dynamik des Lebens die Etablierung strukturierter Lernmuster, die stark von den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden. Gegenwärtig manifestiert sich Lernen in drei verschiedenen Formen – formal, informell und nicht-formal. Formales Lernen folgt einem starren Lehrplan im Rahmen von Bildungseinrichtungen. Im Gegensatz dazu findet informelles Lernen organisch in unserem täglichen Leben statt, oft ohne bewusste Absicht. Nicht-formales Lernen hingegen ist das Streben nach Wissen, das auf persönlichen Entscheidungen beruht und ein Markenzeichen lebenslangen Lernens ist. Nicht-formale Lernumgebungen richten sich an Menschen jeden Alters- und über bestimmte Altersgruppen hinaus. Im Allgemeinen neigen Teilnehmer am nicht-formalen Lernen dazu, sich selbst als Erwachsene zu definieren, typischerweise im Alter von 18 Jahren und älter. Es ist wichtig anzuerkennen, dass wir Menschen zwar als Erwachsene einstufen, ihre Rollen und Lebenserwartungen jedoch erheblich variieren können. Lassen Sie uns genauer untersuchen, wie das Alter diese Rollen beeinflusst. Obwohl die Altersgruppen von Land zu Land unterschiedlich sein können, weisen die Erfahrungen und Ereignisse, die das Erwachsensein definieren, in vielen Kulturen bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf. Schulungsmodul 4 Kommunikation zwischen Erwachsenenbildnern und Gemeindearbeitern mit älteren Erwachsenen ist ein wichtiger Kernpunkt, um Erwachsenenbildnern die effizientesten Methoden beizubringen, mit denen sie ihr Engagement für ältere Erwachsene verbessern können. Tatsächlich wird es ihnen dabei helfen. Lernen Sie neue, verbesserte Möglichkeiten kennen, Erwachsene anzusprechen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und ihren Lernprozess zu erleichtern. Fördern und verbessern Sie die Faktoren, die eine gute Kommunikation mit älteren Erwachsenen ermöglichen. Entwerfen Sie Rahmenbedingungen und Strategien zur Förderung der Kommunikation mit der älteren Erwachsenengemeinschaft im geeigneten Bildungsumfeld. Beziehen Sie digitale Kommunikation in die Interaktion mit der älteren Erwachsenengemeinschaft ein. Nach diesem Modul verfügen die Teilnehmer über eine Reihe von Kompetenzen, die ihnen helfen, Altersdiskriminierung zu bekämpfen und ihr kritisches Denken und ihre Fähigkeiten zur Problemlösung zu verbessern. Diese Aktivität wird mit der Methodik Schnellschreiben entwickelt und dauert insgesamt zwei Stunden für eine Gruppe von zehn Personen, wobei die ersten fünf Minuten dazu verwendet werden, aufzuschreiben, was jeder Teilnehmer denkt, und dann drei Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, zu lesen. Jeder hat fünf Minuten Zeit, seine Antworten zu teilen und die letzten 15 Minuten werden genutzt, um alle Antworten in der Gruppe zu beobachten und sie durch zusätzliche Kommentare zu ergänzen. Eine effektive Kommunikation mit älteren Erwachsenen ist entscheidend für eine positive Lernerfahrung. Lassen Sie uns einige wichtige Überlegungen untersuchen. Respekt und Würde Behandeln Sie ältere Erwachsene immer mit dem Respekt und der Würde, die sie verdienen, und schätzen Sie ihre Erfahrungen und Perspektiven. Aktives Zuhören Üben Sie aktives Zuhören und ermöglichen Sie älteren Erwachsenen, sich in ihrem eigenen Tempo auszudrücken. Das fördert Vertrauen und Verständnis. Klare und prägnante Sprache Verwenden Sie eine klare Sprache und vermeiden Sie Fachjargon oder Fachbegriffe. Dies sorgt für Klarheit in der Kommunikation. Vermeiden Sie Annahmen Erkennen Sie die Vielfalt der Erfahrungen älterer Erwachsener und machen Sie keine Annahmen über Ihre Fähigkeiten oder Vorlieben. Fördern Sie die Teilnahme Schaffen Sie ein integratives Umfeld, das die aktive Teilnahme älterer Erwachsener fördert und so Engagement und Lernen fördert. Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel Integrieren Sie visuelle Hilfsmittel wie Diagramme oder Diagramme, um das Verständnis zu unterstützen, insbesondere für diejenigen, die von einer visuellen Verstärkung profitieren. Kontext bereitstellen Neue Informationen mit vertrauten Erfahrungen oder Kenntnissen in Beziehung setzen und Kontext für ein leichteres Verständnis bereitstellen. Nehmen Sie sich Zeit für die Verarbeitung, geben Sie älteren Erwachsenen ausreichend Zeit, Informationen zu verarbeiten und ihre Gedanken zu formulieren, und vermeiden Sie überstürzte Diskussionen. Denken Sie daran, dass diese Überlegungen nicht nur effektives Lernen erleichtern, sondern auch eine unterstützende und integrative Lernumgebung fördern. Die Anpassung des Kommunikationsstils ist der Schlüssel zur Förderung einer positiven Lernerfahrung mit älteren Erwachsenen. Schauen wir uns einige Strategien an. Kommunikationsgeschwindigkeit Eine Verlangsamung des Gesprächstempos ermöglicht ein besseres Verständnis und vermeidet, dass sich der Einzelne überfordert oder zurückgelassen fühlt. Wortgebrauchs- und Technologiebegriffe Die Vermeidung komplexer Fachjargung und Technologiebegriffe sorgt für Klarheit, insbesondere für diejenigen, die mit der modernen Terminologie weniger vertraut sind. Empfindlichkeit gegenüber Wiederholungen Beachten Sie, dass aufgrund funktioneller Beeinträchtigungen wiederholte Abklärungen erforderlich sein können. Das Anbieten geduldiger, respektvoller Wiederholungen trägt dazu bei, das Engagement aufrecht zu erhalten. Berücksichtigung visueller und auditiver Komponenten Achten Sie auf die Beleuchtungs- und Geräuschspiegel in der Lernumgebung. Bewältigen Sie potenzielle Herausforderungen im Zusammenhang mit Sehen und Hören. Geduld und Empathie Üben Sie Geduld und Empathie in allen Interaktionen. Erkennen Sie an, dass die Erfahrungen älterer Erwachsener unsere eigene Vergangenheit oder Zukunft widerspiegeln können und daher Verständnis und Mitgefühl erfordern. Diese Aktivität wird mit der Circle Speech Methodik entwickelt, die eine Stunde dauert, wobei in 30 Minuten die theoretische Erklärung jeder Theorie durchgeführt wird und weitere 30 Minuten Zeit sind, um in einer Gruppe die Anwendungen und Verbesserungen im wirklichen Leben zu diskutieren. Eine effektive Kommunikation mit älteren Erwachsenen hängt von der nahtlosen Integration verbaler und nonverbaler Hinweise ab. Das Unterbewusstsein spielt eine zentrale Rolle bei der Interpretation nonverbaler Signale und unterstreicht die Bedeutung der Synchronisierung beider Kommunikationsformen. Indem wir dafür sorgen, dass verbale und nonverbale Signale aufeinander abgestimmt sind, schaffen wir eine Kommunikationsumgebung, die das gegenseitige Verständnis und Vertrauen mit älteren Erwachsenen fördert. Im Kampf gegen Altersdiskriminierung ist die Initiierung und Aufrechterhaltung einer vorurteilsfreien Kommunikation unerlässlich. Es baut Stereotypen ab und fördert das Zugehörigkeitsgefühl. Indem wir einen offenen, respektvollen Dialog führen, hinterfragen wir gesellschaftliche Normen und Vorurteile und schaffen Räume, in denen Einzelpersonen für ihre Erfahrungen und Beiträge geschätzt werden. Kommunikation wird zu einem starken Katalysator für Veränderungen, der altersbedingte Barrieren überwindet und ein Umfeld gegenseitigen Respekts und Verständnisses fördert. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Lernerfahrungen, sondern dient auch als Eckpfeiler bei der Schaffung eines Umfelds, das frei von Altersdiskriminierung ist. Es befähigt Einzelpersonen, unabhängig vom Alter, umfassend am Bildungs- und sozialen Kontext teilzunehmen. Diese Aktivität wird anhand der Methodik der geführten Diskussion entwickelt. 1,5 Stunden Kommunikation ist ein mehrdimensionaler Prozess, der sowohl verbale als auch nonverbale Komponenten umfasst. Diese Elemente arbeiten zusammen, um Botschaften effektiv zu übermitteln. Verbale Kommunikation beinhaltet die explizite Verwendung von Wörtern, während nonverbale Kommunikation auf Mimik, Körpersprache und Gestik beruht. Letzterer vermittelt oft subtile Nuancen, die das Gespräch bereichern. Im Kontext der Arbeit mit älteren Erwachsenen ist das Erkennen und Harmonisieren sowohl verbaler als auch nonverbaler Signale von größter Bedeutung. Dieser duale Ansatz stellt sicher, dass die Botschaften klar, umfassend und leicht verständlich sind. Indem wir diese vielfältige Natur der Kommunikation anerkennen, verbessern wir unsere Fähigkeit, sinnvoll mit älteren Erwachsenen in Kontakt zu treten und ein Umfeld gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens zu schaffen. Diejenigen, die mit älteren Erwachsenen arbeiten, spielen nicht nur als Ausbilder eine entscheidende Rolle, sie dienen als Vorbilder und geben ein Beispiel dafür, wie andere in der Umgebung mit dieser Bevölkerungsgruppe umgehen sollten. Als Pädagogen werden unsere Handlungen und Einstellungen zu einer Blaupause für eine respektvolle, integrative Kommunikation. Dieser Einfluss geht über das Klassenzimmer hinaus und prägt die Art und Weise, wie die Gesellschaft ältere Erwachsene wahrnimmt und mit ihnen interagiert. Indem wir Empathie, Geduld und Respekt verkörpern, erzeugen wir einen Welleneffekt positiver Interaktionen, der in der Gemeinschaft nachhalt. Dies bereichert nicht nur die Lernerfahrung, sondern fördert auch eine Kultur der Inklusion und Wertschätzung gegenüber älteren Erwachsenen. Im Wesentlichen haben Pädagogen die Macht, eine mitfühlendere und altersgerechtere Gesellschaft zu inspirieren. Diese Aktivität wird mit der experimentellen Lärmmethodik entwickelt. Zunächst wird die Gruppe mit den verschiedenen digitalen Kommunikationsmitteln vertraut gemacht. Dies dauert 30 Minuten. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, jedes der vorgestellten Tools selbst auszuprobieren, indem Sie digital miteinander interagieren und bei Bedarf Hilfe anbieten. Die Versuche können ebenfalls bis zu 30 Minuten dauern. Vielen Dank, Sie sind jetzt am Ende von M4 angekommen. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Modul gefallen hat und Sie es nützlich fanden. Vielen Dank, Sie sind jetzt am Ende von M4 angekommen.